Das Horsch Touch 1200 Terminal ist deutlich größer als das Horsch Touch 800 und bietet dieselben Funktionen und Applikationen, nur mit einer größeren Benutzeroberfläche. Dadurch können mehrere Applikationen gleichzeitig überwacht und bedient werden. Aktuell befindet sich das Terminal im Duo ISO Layout. Dadurch können wir zwei Applikationen in Völlergröße sehen und bedienen. Am oberen Teil der linken Seitenleiste kann man wählen, welche Applikation oben angezeigt werden soll. Der untere Teil zeigt verschiedene Funktionstasten. Die Pfeile nach oben und unten sowie der Haken und das Kreuz sind nicht immer mit Funktionen belegt. Mit diesem Button tauschen die obere und die untere Anwendung ihren Platz. In der Service Applikation unter Terminal kann man noch zwischen zwei weiteren Ansichten wählen. Dafür scrollen wir zuerst nach unten und drücken dann auf Layout. Neben Duo ISO stehen noch Querformat und Hochformat zur Verfügung. Zuerst zeige ich Ihnen die Option Hochformat. Wenn Sie das Layout ändern, müssen Sie das Terminal neu starten, damit die Änderung wirksam wird. Wie Sie sehen, haben wir nun eine andere Darstellung. Oben wird weiterhin eine Applikation in Vollgröße angezeigt und kann wie gehabt bedient werden. Darunter finden sich bis zu vier weitere minimierte Applikationen. Je nachdem, ob sich diese in den quadratischen oder den rechteckigen Feldern befinden, werden unterschiedlich viele Informationen gezeigt. Die minimierten Anwendungen können nicht direkt bedient werden. Wenn man darauf drückt, wechselt man stattdessen im oberen Hauptbereich in diese Anwendung. Die zuvor oben angezeigte Applikation wird am entsprechenden Platz minimiert. Eine Applikation, welche das erste Mal aus dem Hauptfenster in den Hintergrund verschoben wird und noch in keinem Zusatzfenster ist, wird wenn möglich automatisch in einem leeren Zusatzfenster angezeigt. Zum Schluss wechseln wir noch in das Querformat Layout. Dafür muss wieder das Terminal neu gestartet werden. Der einzige Unterschied zum Hochformat besteht in der Aufteilung der Zusatzfenster. Sämtliche Einstellungen können, wie zuvor gezeigt, vorgenommen werden.